zurzeit kommt man ja an den japanern so gut wie gar nicht vorbei und dementsprechend natürlich auch bei mir nicht auf meinem kanal jetzt zeige ich euch also den tier 7 schweren panzeroni der japaner gespielt von legion 25 und kate minen er ist hier mit seinem 7 top tier und ja eine sonst 7 6er und mini fünfer gefecht wobei der gegner hat bis auf den elc kein fünfer von dem her sagen wir mal 7 6er gefecht eine arti die arti ist natürlich der große feind für den uni weil der uni dementsprechend ich will jetzt mal sagen nicht schwer zu treffen ist also da muss man immer ein bisschen aufpassen der elc hat schon den ersten lux hier auf dem gewissen die minimap vergrößern wir mal wieder das wird auch jeder von uns was sieht und wo fahrt er hin erfahrt hier da unten entlang praktisch hier sonst oder was ist unten wo überhaupt der der mine wo man gerne als schwerer panzer mal gesichtet wird und hat hier vor sich auch den fv 201 den premium na dann wird doch ein bisschen was sorgt dann dafür gegnerstimmung die frage kommt wo kommt herum so der erste abfaller vom is ist schon erledigt die 25 2 ist da mutig so jetzt guckt der tiger aber der tiger krieg vergleich mal eine nun noch mal eine ja da konnte er sogar den kids hat direkt besorgen der tiger 1 versucht vielleicht noch mal da an der stelle kommt schon probier es doch er hat bisschen angst ja der tiger der hat da jetzt respekt vor den gegnern da sind auf jeden fall ist noch ein bisschen was an gegner zu machen da ist der der amx versucht von oben da ein bisschen drauf zu wirken lenkt die damit ab sieht man ganz gut so der ihr erst guckt er selber hat jetzt hier noch nicht geschossen der war ihm zu unsicher so jetzt kommt aber auf den gegner drauf 1029 ganz leicht dahinten ist sogar die hummel offen könnte man mal eben weg machen eigentlich hofft macht hoffentlich der t25 gerade der panther zweifelsfrei dann auch jetzt sollte es mal langsam nicht entscheiden naja sollte wohl nicht sein was haben wir denn dann durchschlag überhaupt mit der kanone 190 premium schauen uns auch gleich noch an aber ich will jetzt eigentlich wissen was wir der t25 2 steht da super doof der hat eigentlich nicht unbedingt da zu sein 215 also gar nicht so viel mehr zu 190 so jetzt ist der t25 zu auch weg also da einfach unkleber oder nicht clever dazu hinzufahren mit einem td der kaum panzerung hat Da braucht man einfach ein bisschen panzerung wie man hier sieht wie der gegner schon fast verzweifelt So der fv nimmt jetzt mal den t29 raus und er den is ja sehr schön Und auch der es ist wieder abgeprallt also Es ist schon nach wie vor immer schwierig für die gegner aktuell mit den japanern Nun fahren sie zurück weil Sozusagen der die mine selber hier oben ist gefallen das ist sind viele gegner Er selbst hat hier noch support von der su und von arti fanden die beiden jetzt hier sehr gut zusammen Die hummel nimmt den t25 zu raus schön Er wiederum den t21 auf seiner rechten jetzt kommt der t25 2 ein weiterer von vorne Der ist natürlich mutig auto rhein Und schuss weg mit ihm Fast schon ein doppel kill erst der t21 und dann der t25 Zwo danach 2300 schaden und da oben steht jetzt der amx der sich aber jetzt wohl runterfallen lässt ja war zu erwarten Hellcat zu und alles hier vorne noch da die su 122 hat jetzt dann natürlich bisschen Den nachteil dass der die gegner vor und hinter ist Fokus feuer auf die su 152 jetzt hier im augenblick Dürfte auch Ah schade kommt gerade noch so weg Aber die hellcat bekommt wenigstens noch ein rein Arti ist aber zumindest aus dem spiel raus was es schon mal viel angenehmer macht Oh jetzt da hinten Elc Richtung Arti und td Arti macht schön nimmt die hellcat raus Ein fitzelchen hier von der su Da nimmt der fv die raus sehr gut Noch der g2 und der kv kv war noch gar nicht gespottet das entweder dass der kv 2 afk Oder Er ist einfach wirklich sehr sehr passiv Beides derzeit möglich Auf jeden fall schon was im cap das ist definitiv der amx Der kv 2 ist da Und Sieht so aus als ob er afk wäre Ne eigentlich die stellung ist nicht afk Turm nach unten Wann er gedreht also von dem her zumindest war er mal im spiel aber vielleicht Disconnect oder sonstiges Jetzt braucht er noch einen und dann ist der auch weg Den würde ich auf jeden fall weg machen Weil so ein kv 2 wenn er auf einmal dann doch wieder meint der wäre wieder zurück Kann das schon ärgerlich sein G2 prallt auch ab Prallt nochmal ab also Ja das ist schon ein Ein fahrendes monster der uni Und für jeden der gerne heavy tank spielt Bestimmt derzeit Eine alternative jetzt kommt der chino Das erste mal durch beziehungsweise auch Der erste schaden hier an ihm Und dann gleich nochmal einen So jetzt aber der fv dahinter Hat er ihn vor portioniert Dass er ihn auch mundgerecht mit einem schuss noch weg bekommt Und nun nur noch der amx Der zwischenzeitlich die arti rausnimmt Aber ich denke hier sollte doch hoffentlich nichts mehr passieren 1200 struktur mit 763 knapp 2000 struktur gegen 200 Also da sehe ich keine gefahr mehr Und da ist er raus 15 zu 13 der endstand 3774 angezeigt Effektiv waren es aber 4116 mit Damage geblockt 4650 Also Eine 8000er runde wenn man es so sagen will Unglaublich cool Und ja die japaner derzeit Sind schon nicht leicht zu knacken Man muss wissen wo Aber dann geht es auch Die Größe wiederum Ist so ein bisschen das Der Elefant im Porzellanladen Ich hoffe euch hat es gefallen Ich wünsche euch alles Gute Bis zum nächsten Mal Euer Alkaramba Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal